Moin zu verloren statt für das Tribut. Erstmal schaufeln. So, fangen wir an. Lager 1, Silvana. Derzeit schon mal Lager 4 mit Boris. Dann STG Lager 2 wird abgelenkt. Warten wir noch mal ein bisschen. Und verwurken direkt hinterher. Dann gehen wir oben gleich drauf. Tavi und Geist. Für Blocks dürfen BSK benutzt und GSS auch benutzt werden, solange das Lager nicht besiegt wird oder verloren wird. Das Lager 1, Silvana. Platinum 1 ist übrigens aktiviert. Wir schicken Silvana. Ach, dicht. Diese beiden Lager. Mit einem Zug. Mit einem Zug. Mit einem Zug. Hier setzen Boris um. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wir bestimmen unseren Boris neu. Und dann starten wir ohne Wartezeit. Tavi, Tavi und Jung-Zwelling. Immer darauf achten, dass ihr nicht irgendwo ausgesehen einen Rekrut drin habt, sondern einen Schwertkämpfer. Tavi umsetzen. Tavi umsetzen. Tavi. 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 Ja, für etwas schnelleres Spiel hätte man jetzt auch einen zweiten jungen Zwilling mitnehmen müssen. Habe ich natürlich vergessen. So, jetzt aktivieren wir erstmal Matur. Wasser. Und Feuer. Extra leben. Einmal versetzen. Und wir können auch schon mal das Lager hier machen. Jerusalem, Vorwölle, Geist. Hinterher. Das Lager 12. Da packen wir 10 rein. Und wir starten mit Trommelwirbel rückwärts. Trommelwirbel. Nächster. Da packen wir 10-te cartensin. So, jetzt passen wir mal. So. So. lager 12 ist weg und wir stellen schon mal und habe ich es auf ein general platz lassen ja passt ein general noch ja 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 wir aktivieren metall und stein setzen unser letzten tag um und packen schon mal zusammen so wir starten die letzten rückwärts mit trommelwirbel erst anslamm dann lose alle ja 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 und wir werfen unseren wind ab erfolge missionen verlorene statt abgeschlossen dies verlorene statt nur mit ab sk bss und belagerer viel spaß beim nachspielen ja 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 ja